von jakowski führt sie ist schneller gestartet als noemi sparen schneider ebenfalls mit einem guten start und jetzt kommt sparen auf den letzten metern es sie gewinnt in 13 28 0,6 meter rückenwind 13 28 für noemi sparen eine sehr gute leistung und eine super leistung natürlich auch für selina von jakowski die sich hier nur knapp geschlagen geben muss silber platz für selina von jakowski und sie wahrscheinlich sogar wieder mit einer neuen saison bestleistung 13 45 ist diese und ich bin gespannt auf die wiederholung wer hat sich den bronzeplatz geholt das duel vorne um gold und silber das war so spannend dass der dritte platz fast ein bisschen untergegangen ist es ist kim flattig die hier ebenfalls noch vorne mit mischt es ist bären von jakowski flattig und dann schneider